Weiter geht's mit Tortuga, Pirate's Tale und wir versuchen uns mit unserer Mannschaft ein Linienschiff zu organisieren. Ein neues, prachtvolles, stattliches Schiff für Jean-Nerd. Nur ein Linienschiff ist doch angemessen genug, dass unser Käpt'n hier darauf residiert. Und genau das wollen wir auch erreichen. Und ich will unbedingt dieses Linienschiff haben, aber bevor wir das machen, knallen wir ihn. Einmal eine Breitseite vor dem Bug. Und ich hoffe, dass seine 188 Rumpfpunkte das aushalten. Na, sehr gut. Minus 24, das ist eine gute Sache. So, du schießt bitte. Mhm. Oh ja. Auf die Seite bitte. Einmal durch die Panzerung durch. Ähm, jawohl. Einmal da durch. Mhm. Sehr gut. So, mit dir will ich eigentlich auch... Durch die Panzerung. Ja. Da ist die... Der Schuss sehr effektiv. Eine Salve, die automatisch trifft, aber 50% Schaden verursacht, ist dann in dem Fall, glaube ich, besser. Und Feuer. Ah, wir haben noch 17 Panzerung. Schade, schade. Und Zug beenden. So, der kann jetzt wahrscheinlich... Uh, das wird fies. Also mit ihm müssen wir uns langsam in Deckung bringen. So, jetzt die Frage, ob wir Kanonen nicht geladen... Äh. Was heißt die Kanone nicht geladen? Das ist... Das hat mit Entern zu tun, du Nase. So, einmal da hin. Nochmal eine volle Breitseite. Ich hoffe, der hier... Ja. Noch lebt er. Sehr gut. So, du. Tja, wir könnten da hin. Und ihm von da eine volle Breitseite verpassen. Wir können natürlich auch seine... Ne, er hat schon weniger meine Breitfähigkeit. Jetzt sind wir natürlich in einer doofen Position, ne? Jetzt braucht er sich nicht bewegen. Kann uns aber trotzdem treffen. Wir schießen drauf. Sehr gut. Und mit dir sehen wir mal zu, dass wir Land gewinnen. Da wollen wir nicht. Hm. Das war gut für uns. So. Also, was machen wir? Ich möchte gerne mit dir nochmal entern. 48% Chance nur. Ne. Machen wir nicht. Wir fahren einmal da hin. Und werden einmal mit der Kartätsche. Zack. Jawoll. Na, sehr gut. Habt ihr das gesehen? Da sind die Leute wirklich gerade richtig runtergeflogen. Wir müssen sehen, worauf wir schießen. All die Investitionen umsonst. So. Seh zu, dass du Land gewinnst. Und er hat jetzt... Uh. Nein. Was ist denn das? Der hat unser Schiff versenkt. Scheibenkleister. Ei, 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 ei. Der hat unser Schiff echt gerammt. Das gibt's doch nicht, ey. Okay. Einmal da hin. Einmal die Kartätsche. So. Dich will ich nach wie vor nicht haben. Und jetzt wird geentert. 16%? Jetzt hab ich aber die Nase voll hier, ey. Was machen wir denn damit? Der hat nur noch... Der hat ja nicht mehr unterbesetzt. Wieso können wir den... Hm. Wir fahren einmal da hinten hin. Tja. Normale Eisenkugeln. Hoffen wir mal, dass wir ihn nicht versenken. Okay. Das war ja gar nix. Mit dir sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. So, einmal in die Richtung, bitte. Einmal die Kettenkugeln. Ah, verdammt. Verdammt. Jetzt haben wir das Ding echt versenkt. Oh, ist das ärgerlich, ey. So, was haben wir bekommen? Ein paar Tabakpfeifen. Unglaublich, ey. Da treibt noch jemand in Wasser. Elf Leute. Die nehmen wir mit. Haben wir denn eigentlich den Käpt'n jetzt noch da? Ja. Ah, das ist natürlich... Das ist natürlich doof. Seamus Walsh hat natürlich jetzt ein extrem gutes Schiff verloren. Ähm. Okay. Wir werden ihm die Fleute zuweisen. Und ihm ein, 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 ein neues holen. Ah, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Diese Piratenbark, das war natürlich ein extrem, extrem gutes Schiff. Na gut. Also, wir sollen uns trotzdem Crook Island nähern. Aber schreibt das gerne mal in die Kommentare. Habe ich jetzt dort einen Fehler gemacht? Habe ich einen Feld übersehen, dass dort, ähm, die Gefahr einer Kollision besteht? Oder war dort wirklich einfach, äh, hat er uns wirklich einfach nur gerammt? Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Kerl bestiehlt einen Niederländer. Besitzt die Frechheit, die Waren an die Niederländer zu verkaufen. Er wird seh... er wird sehen, was mit Leuten passiert, die mich hintergehen. Dann entern wir die Schiffe und holen wir uns die Fracht zurück. Ja, das ist die News. Ja. Eins, sieben, zwei, sechs. Ich denke, das kriegen wir hin. Haltet Ausschau nach Beute. Ja, da ist Beute. Genug Karten gespielt. Es geht los. So. Uh, das ist natürlich auch eine fiese Ecke, muss ich sagen. Da ist auch wieder Kollisionsgefahr. Aber wir waren vor so einem Stein. Und ich meine, da war keine Kollisionsgefahr angezeigt worden vom Spiel. Das heißt, dieses Linienschiff muss uns wirklich gerammt haben. Das ist mal eine richtig krasse, aber auch extrem effiziente Taktik. Muss man wirklich mal sagen. Also, wir müssen jetzt wirklich gucken. Ähm, jetzt gehen wir übrigens erstmal in die Richtung hier. Dass wir uns ein neues Schiff organisieren. Für unsere Leute. So. Also. Ähm, das ist der gute Jean Nerd. So. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Großen an. Da hinten hin. Panzer brechen. Und bitte. Na, sehr schön. Zug beenden. So. Die beiden. Hm. Wir fahren erstmal näher. Können aber mit dir noch nicht viel machen. Du könntest schon schießen. Das ist, glaube ich, sein... Ist das nicht sogar sein ursprüngliches Schiff? Wir fahren mal hier hinten rum. Ähm. Er ist halt noch beschädigt, ne? Wir müssen bei ihm ein bisschen aufpassen. Seine Panzerung ist zwar wieder gut, aber er ist noch beschädigt. Na, da mache ich ihm jetzt keine Sorgen. Der hat ein dickes Fell. Hm. Das kriegen wir hin. Panzer brechen, Munition und bitte. Sehr gut. So. Und mit ihm versuchen wir jetzt, dort anzulanden. Und bitte. What? Nur fünf? Das dir bitte nicht. Ah, wir hätten, wir hätten da hinfahren sollen. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Tja. Halten wir uns mit dir raus. Ah, ich denke... Gegen ihn kriegen wir das hin. Können versuchen, mit dem leichten Mörse-Eimer zu treffen. Wunderbar. So. So. Da mache ich mir jetzt tatsächlich nicht allzu viele Sorgen. Also da könnten wir schießen, aber es ist wieder die falsche Seite. Tja, wir kommen... Da würden wir in optimale Schussdistanz kommen. Dahin. Panzer brechen, bitte. Na, sehr gut. Wunderbar. Jetzt gucken wir, was wir bekommen haben. Holzbrot ist immer gut. Tabak, Kaffee. Ja. Das sieht sehr gut aus. Nicht versenken. So war das nicht abgemacht. Das Schiff stelle ich dir noch in Rechnung. Im Wassertreiben ein paar Männer, ein paar Matrosen an Treibholz. Das ist er. Los, holt ihn an Bord. Wir müssen dir noch ein paar Fragen stellen. Chef, es ist nicht so, wie es aussieht. Angeblich gab es in Isabella letzte Nacht einen Sturm. Und die ersten, die Holz und Nahrung ausliefern, können unfassbare Preise verlangen. Wir könnten dem Profit teilen. Nehmen zwei Drittel. Nein, nein, drei Viertel. Oder wir nehmen einfach alles und lassen euch zurück. Ganz genau. Ein Sturm, sagst du. Ich muss schon sagen, die Idee hätte von mir sein können. Säge mir nach Isabella und sehen mal, was wir dort so verlangen können. Ich bedanke mich für den Tipp. Lebt wohl. Der Matrose wird über Bord geboren. Eieieiei. Loyalität von Japs Dienhus, minus 10. Hier wird nicht geändert. Du hast bessere Schiffe. Du hast eine Korvette von uns bekommen. Steht dir eigentlich gar nicht zu. Eigentlich müssten wir die beiden wieder tauschen. Die Floyte gehörte eigentlich Japs Dienhus und nicht ihm. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sie dann auch noch beschweren. Nein, du solltest das nicht versenken. Okay, so, was haben wir da? Das sind normale Schiffe. Ah, ich bin mir halt nicht sicher. Die sehen aus, als wäre da was zu holen. Nee, ich bin mir da nicht sicher. Ich würde gerne nochmal in einen Bereich fahren mit einem starken Piraten. Und uns wirklich noch ein gutes Schiff organisieren. Aber erstmal sollten wir so allmählich mal die Beute aufteilen. 22 Tage sind auch mittlerweile relativ viel. Und die Moral sinkt auch langsam. Das heißt, wir gehen erstmal nach Crook Island. Wir werden jetzt die Beute aufteilen. Und danach gucken wir uns einmal den neuen Auftrag an. Danach werden wir in die Richtung gehen. Und da sollten wir dann auch ein paar schöne Schiffchen finden, dass wir uns ein neues Schiff organisieren. So, also, einmal bitte alle Schiffe reparieren. Jawohl. Dann werden wir gleich erstmal zum Markt gehen. Aber erstmal will ich hier hin. Das Schiff werden wir... Das könnten wir auch machen. Den will ich eigentlich nicht machen. Der ist... Ja, also, ich möchte ihn ersetzen. Deswegen werden wir nur die Queen Anne erstmal updaten. Ein Ausguck. Das ist so ärgerlich, weil wir hatten das Schiff gerade gut auch ausgerüstet. Wir hatten da eine extrem gute Panzerung und alles. Wir sollten gucken, dass wir uns vielleicht sogar noch eine zweite Queen Anne organisieren. Das wäre, glaube ich, noch ein gutes Schiff für ihn. So, jetzt gucken wir mal. Er hat Geschwindigkeit 7. Da könnten wir natürlich... Das könnte man... Na, können wir nicht... Verdammt. Das können wir nicht einbauen, ne? Ja, das bringt uns also nichts. Dann bleiben wir mal bei Jean Nerd. Ein Ausguck könnten wir machen. Befreundete Schiffe in drei Feldern um das Schiff mit dem Ausguck. Halbiert die Abzüge durch Deckung und blockierende Schiffe. Finde ich gut. Das Schiff ist immun gegen kritische Treffer am Ruder. Bewegungsschaden verringert die Wendigkeit erst alle 33%. Das finde ich auch gut. Ja. Die beiden werden wir unserem Flaggschiff... Einmal gönnen. Was? Also, ich mag zwar kein großer Rechenkünstler sein, aber gerade beim Durchzählen, da waren ein paar Nasen zu wenig an Bord. Scheinbar sind ein paar Quirulanten so unzufrieden, dass sie bei unserem Landgang abgesetzt haben. Was? Ich fürchte, es wird so langsam an der Zeit, die Beute aufzuteilen, wenn wir nicht noch mehr Leute aus der Mannschaft verlieren wollen. Diesmal waren es 98 Seeleute. Was? Echt? Da ist ja kaum noch jemand an Bord. Das ist ja unglaublich. Okay, dann gehen wir mal in die Taverne und heuern und werden erstmal das Ganze aufteilen und dann heuern wir neue Leute an. So. Ja, ich denke, das sollte passen. Wir haben alles ganz gut gemacht. Die kriegen wie immer 52 Prozent. Mehr nicht. Sehr gut. Wow. Was? Acht Skillpunkte? Heidewitzka. Das ist ja der Wahnsinn. Dann gehen wir erstmal bei Seamus Walsh. Da wollte ich auf jeden Fall da eininvestieren. Berserker. Kanonenschaften um 1 Prozent erhöht für 5 Prozent fehlende U. Das ist gut. Können wir auf jeden Fall eininvestieren. Sie könnten das auch voll machen. Wir haben noch 4. Dann machen wir 1, 2, 3, 4. Bei dem Seamus Walsh. Okay. Ja, Steenhoos. Mein Bester. So, jetzt haben wir 4 Kunstschütze. Schüsse auf Distanz werden verbessert. Erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit für eine Reichweite von 6 bis 7 um 10 Prozent. Ich will eigentlich das hier verbessern, weil das ist wirklich nicht schlecht. So, der Schuss verursacht vollen Schaden und trifft definitiv immer. Das ist super. Jetzt gucken wir mal hier. Waren sind 15 Prozent günstiger. Zack. Das wollen wir auch machen. Dann haben wir ihn im Prinzip auch schon durch. Dann nehmen wir uns noch Jean Nerd vor. Er hat 8 Skillpunkte. Der legendäre Ruf. Das Lieblingsschiff des Käpt'ns ist ein Linienschiff. Ja. Finde ich gut. Passiver Gewinn. 20 Gold pro Tag. Pro Fraktion. Mit dem Ruf über Marktkraft. Das finde ich nicht gut. Denn wir haben ja gesagt, wir wollen unseren Ruf nicht so stark erhöhen. Dann bleiben wir lieber einmal hier oben. Das haben wir auch schon des Öfteren genutzt. Den finde ich nicht so passend. Und dann gehen wir einmal hier hin. Ich möchte gerne noch nicht nur eine Panzerbrechung an sich haben. Ich hätte gerne noch die Möglichkeit, ein Bleisturm. Wenn man nicht nur Schrot in die Kanonen stopft, ist die Wirken gleich viel verheerender. Das ist natürlich die große Frage. In welche Richtung wir Jean Nerd bringen. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollten ihn nicht in Richtung Entern bringen. Aber wir machen das dann ja doch relativ häufig. Das heißt, ich würde gerne versuchen, dass wir eventuell entern. Eine Aussicht auf eine ordentliche Keilerei und ein wenig Ehre spornt die Mannschaft bis zu neun Ufern an. Enter-Stärke erhöht sich für die Dauer um 3 und Enter-Wahrscheinlichkeit um 50%. Ja, das will ich machen. Denn wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir besser im Entern werden. Reduzierung des Cooldowns. Verdopplung für die Dauer des Rausches. Das machen wir jetzt voll. Damit wir in der Lage sind, einen Enter-Rausch zu beginnen. Und das können wir uns auch noch einmal aktivieren. Ist die Frage, was? Windhosen einsetzen. Möglich ist die aktive Fähigkeit, der Windhose einzusetzen. Nein. Das Mathe-Studium haben sie alle für sinnlos gehalten. Herausfordernd haben wir schon. Hm. Reduzierung des Bewegungsschadens. Nahkampf. Das machen wir eigentlich mit ihm relativ oft. Die Frage ist, was bringt uns am meisten? Kunstschütze. Erhöht die Treffer-Wahrscheinlichkeit. 6 bis 7 bringt überhaupt nichts. Reichweite 1 bis 2 um 10%. Das machen wir. Das finde ich gut. Okay. Dann haben wir alles ausgegeben. Jawohl. Aufträge für Engländer zu erfüllen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Gut. Tja. Jetzt die große Frage. Was machen wir? Also Schiffe plündern wollen wir auf jeden Fall. Konvois plündern. 12 Konvois. Das wollen wir ja auf jeden Fall machen. Also Konvois plündern machen wir definitiv. Einen neuen Käpt'n hätte ich auch gerne. Und dann haben wir es im Prinzip schon. Ja. Ich hätte gerne einen vierten Käpt'n an Wort. Definitiv. Genau. Gut gemacht, Käpt'n. Leine los. Aber bevor wir das machen, wollen wir nochmal gucken, dass wir in die Taverne gehen und uns wirklich nochmal ein paar Seeleute holen. Den Akzenten bin ich noch ausgetrieben. Aber sonst sind es ganz taugliche Rekruten, denke ich. Genau. Gut. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu den Engländern. Wir fahren einmal hier rum, hier durch. Und dann könnten... Ne, wir halten den Turk Island nochmal an. So machen wir das. Und werden uns dort auch noch ein paar Seeleute holen. Wir gucken vorher nochmal ganz kurz. Da haben wir... Der ist voll. Er kann noch welche gebrauchen und er definitiv auch. Okay. Gut. Dann halten wir nochmal den Turk Island an. Und danach machen wir uns auf den Weg zu den Engländern. Ich meine, der war auf dieser Seite, ne? Da vorne. Ja. Ja. So. Und wir brauchen natürlich auch noch einen großen Piratenkonvoi, den wir uns erhandeln können. Das wollen wir natürlich auch machen. So. Hafenmeisterei. Ja, das glaube ich auch. Eine Runde ausgeben, bitte. Und 41 Mann holen wir uns an Bord. Gut. Wir könnten nochmal... Ne. Wir verkaufen nichts. Was... Wir könnten maximal etwas einkaufen für die Jungs. Wir haben nämlich... Kein... Hückelfleisch und Grog. Und das brauchen sie beides. Können wir mal gucken, ob wir da ein bisschen was von bekommen. Das würde so für... Fünf Tage reichen. Wir nehmen mal für vier Tage genug mit. Haben wir hier auch Böckelfleisch? Haben wir auch. Ja, das ist alles extrem teuer. Wir nehmen mal jeweils 20 mit. Das lassen wir uns jetzt mal ein bisschen was kosten. Ich weiß, das ist sehr ineffektiv. Nur Laderaum von wichtigeren Waren ein. Nein, 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 nein. Die Mannschaft, die wollen wir schon vernünftig versorgt haben hier. Ähm, das ist mir dann doch wichtig. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir uns ein paar englische Konvois schnappen. Und idealerweise noch ein Piraten. Da können wir noch einmal schnell in die Karte schauen. Und... Ich sollte nicht auf das X klicken. Und einmal die Piratenstärke 1. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall nicht nur hier bleiben, sondern auch dort in diesen drei Gewässern das Ganze angucken. Und wir wollen natürlich auch jetzt ein vernünftiges neues Piratenschiff haben für unseren guten Seamus Walsh. Das ist natürlich extrem ärgerlich, dass sein Schiff jetzt gesunken ist, diese gute Piratenwag. Aber, tja, das ist das Problem an dem Schiff gewesen. Der hat so unglaublich wenig Rumpfstärke gehabt. Wenn du da einmal durch die Panzerung durch bist, dann war es das. So, ich möchte in die Richtung. Wir wollten ja in das Piratengebiet des anderen. Und außerdem kennen wir die ganzen englischen Kolonien in dem Bereich ja noch gar nicht. San Juan. Uh, da könnten wir tatsächlich mal... Ne, 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 machen wir nicht. Wir werden erst verbessern, wenn wir mit unserem Schiff durch sind. Also mit unserem... Mit unserer Jagd hier durch sind. Kommen wir da durch? Ah, wahrscheinlich nicht. Wir fahren mal wieder so rum. Hier wird es doch wohl irgendwo englische Konvois geben. Da ist einer. Was ist das? 3.000? Bin mir unschlüssig. Vier Schiffe. Da könnte ein Linienschiff mit dabei sein. Wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ne, wir versuchen uns erstmal auf Handelskonvois zu konzentrieren. Und fahren jetzt mal hier diese Inseln runter. Was ist da drinne? Ist da eine Stadt? Ne. Doch. Gordeloup. So, was ist das? 2.000? Nehmen wir. Oh, eine Queen Anne. Und eine Militärkorvette. Oh, die Queen Anne wollen wir haben. Das ist jetzt natürlich genau der richtige Moment. Jawohl. Sehr gut. Also. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir das machen. Ihn wollen wir gleich versenken. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Was davon ist jetzt die Queen Anne? Die Queen Anne will ich haben. Den wollen wir haben. Den wollen wir versenken. Genau. So, wie viele Leute sind hier an Bord? 160. Okay. Also. Wie weit kommen die? Na, doch relativ weit. Dann müssen wir uns hier vorsichtig in Stellung bringen. Nochmal den gleichen Fehler will ich nicht machen. Du einmal nach da. Und du einmal da hin. Okay. Jetzt bringt er sich in Stellung. Ich hoffe, er kann doch nicht schießen. Ja, kann er nicht. Sehr schön. Also. Auf ihn dürfen wir uns nicht konzentrieren. Wir wollen auf ihn schießen. Mhm. Genau. Einmal da hin. Panzer brechen. Und folgen. Was? Das hat nicht mal ganz durchfunktioniert? Das ist ja der Hammer, ey. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So. Jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein. Ähm. Wir werden... Entweder da... Ne, das macht alles keinen Sinn. Wir fahren... Da hin. Und gucken, dass wir... Seine Manövrierfähigkeit... Verzeiht bitte. Zwölf Prozent nur. Ei, 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 ei. Also ich will auf jeden Fall verhindern, dass er großartige Manöver fahren kann. Aber das wird wohl... Das wird wohl nur sehr schwer möglich sein. Boah. Das ist echt ein harter... Ein harter Zeitgenosse. Wir fahren mal dahin. Und dann können wir dem Schiff von hinten eine Breitseite verpassen. Eine Salve, die automatisch trifft, aber 100% Schaden verursacht? War ja. Ach, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Das ist so ärgerlich, dass der nicht von vornherein getroffen hat. Die panzerbrechende Munition. Was? Ein Schuss? Boah. Alter Falter. Ohohohoho. Der hat aber monströse Feuerkraft. Boah. Okay, können wir ihn direkt entern? Einmal ausfüllen, bitte. Entern. Einmal dahin. Und los. Der Kern gehört uns. Da bin ich mal gespannt. So, wir müssen ihn auch noch angreifen. Das würde hier sogar ganz gut funktionieren. Wir wollen nicht entern. Wir wollen... Hallo? Wir wollen nicht entern. Wir wollen schießen. Und bitte. So. Damit haben wir das erledigt. So. Sichert die Planken und rückt langsam vor. Boah. Jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich mal gespannt, ob das... Ob das klappt. So. Wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Wir schießen hier weiter auf das Schiff. Und gucken, ob wir vielleicht es schaffen, die Panzerung runter zu schießen. So, dass wir noch eine Kartetsche mit reinhämmern können. 90% und auf geht's. Moment. 100%. Ja. 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 Sehr gut. Ja. Ja. Wir können's auch nochmal mitentern. Nee, komm. Was soll das? Einmal... Nee. Wir machen mit... Wir ziehen mit ihm einfach nur. Na, kann ich... Muss ich mit ihm ziehen? Befürchte, ja, ne? Ich will mit dir gar nichts machen. So. Und bitte... Feuer frei. Ein weiteres Schiff. Ja. Ein Schiff verloren, ein Schiff gewonnen. Oh Mann, ey. Ah, das ist natürlich jetzt auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Aber wir haben eine Queen Anne bekommen. Das ist gut. So, Beute ansehen. Kaffee, Kanonenkugeln, Werkzeug. Grog hätte ich gerne. Schiff übernehmen. Natürlich. Und einmal besteht. Was für eine prachtvolle Nussschale wir wieder erbeutet haben. So. Seine Unfähigkeit sollte Bestrafung genug sein. Okay. Tja, jetzt ist die gute Frage. Seamus Walsh wird jetzt die neue Queen Anne bekommen. Und da will ich mal gucken, was die für eine Feuerkraft hat. Und was die überhaupt für Kanonen besitzt. Also. Kurze Reichweite. Boah. Oh, ho, ho, ho. Der hat allen Ernstes. Boah. Alter Falter. Das ist ja kein Wunder, dass der mit einem Schuss unser Schiff vernichtet hat. Das ist ja der Wahnsinn. Der ballert dir auf eine Reichweite von 2 und 3. Wirklich fast. Also über 200. Wenn der voll trifft. Einmal ins Schiff rein. Das wäre ja eigentlich das ideale Schiff für Japs Dienhus. Der eben mit dem glücklichen Schuss das auch wirklich nutzen kann. Ich würde sagen, so machen wir das. Wir nehmen dir bitte. Wir geben dir bitte einmal das Schiff. So rum. So rum passt das besser. Japs Dienhus kann nämlich mit dem glücklichen Schuss das wirklich einmal voll nutzen. Boah. Ein garantierter Volltreffer. Das ist ja der Wahnsinn. Wir zimmern den auf eine Reichweite von 2 oder 3. Jetzt 234 Schaden rein. Wahnsinn. So, die Panzerung ist nicht allzu gut. Aber das können wir ja noch verbessern. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wow. Das war jetzt in der Tat eine gute Sache. So. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Und wir brauchen noch drei weitere Konvois. Und die werden wir uns auch besorgen mit unseren Schiffen. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategie. Ciao, ciao. Und ganz wichtig. Ich bin euch auch nicht böse. Wenn ihr Fehler findet, dann bitte, bitte alles in die Kommentare. Macht's gut. Ich bin euch auch nicht böse.